...Harleys Spur folgen, sodass ich ihn finden kann. Okay, jetzt kann ich mir das hier nehmen. Wo ist Dr. Kellerman? Woher soll ich das wissen? Es erscheint fahrlässig, dass Sie ihn verloren haben. Ich habe keine Zeit für Ihre Spiele, Miss Iceley. Sagen Sie mir, wo Sie ihn haben. Wir haben Sicherheitsbänder von gestern Abend, die Sie und er Ihre Zelle verlassen. Und? Soll ich es buchstabieren? Wir wissen, dass Sie ihn hypnotisiert haben. Oder was Sie auch immer tun. Wir wissen, dass er Sie irgendwo hin mitnahm. Aber die Sicherheitskameras auf der ganzen Insel waren um drei Uhr früh von Blumen und Laut bedeckt. Wo ist er? Sagen Sie es mir! Ich sage kein Wort, bis Sie genau das tun, was ich Ihnen sage. Okay, haben die noch irgendwas zu sagen? Tut mir leid. Ich dachte, ich arbeite für Dr. Young. Ich wusste nicht, dass Joker dahinter steckt, bis er ins Labor platzte. Wo ist das Labor? Geh zurück. Ich komme immer durch. Es gibt eine versteckte Tür, aber... Naja, sie ist versteckt. Ich finde es. Bleib hier. You don't say. Es gibt eine versteckte Tür, aber sie ist versteckt. Oh mein Gott! Ich arbeite hier nur. Hätte ich nicht damit gerechnet. Ist hier noch irgendwas? Ach, ein Haufen Riddler-Zeug. Aber... Wohin muss ich denn eigentlich? Wird es mir angezeigt? Aber ich nehme mal an, nach da hinten, oder? Oder vielleicht nach... Na... Na genau, hier steht es doch, oder? Vollgal. Ich finde es... Spuren, also... Gehen doch irgendwo nach oben. Ah, hier sind doch... Viele Abdrücke. Wunderbar. Sieh mal, wer unser Geheimlabor entdeckt hat. Da du schon so weit gekommen bist, zeige ich dir, was ich gewixt habe. Ah! 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 Okay, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so. Genau so machen wir das nochmal. Genau so machen wir das nochmal. Na, perfekt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Los! Nein, nicht für mich weg. Oh! Das war's für heute. Wunderbar! Um... ...dann mach ich den hier weg. Komm! Komm! Der müsste fertig sein. Achso, ich muss da noch was machen, wenn die... Achso. Das müsste ich. Na, jetzt... Ich häng fest. Nein. Das ist auch mies. Vielen Dank für die Hilfe. Was mache ich jetzt mit denen? Ja. Was mache ich mit denen, wenn die da unten am Boden liegen? Das ist die Frage, denke ich mal. Ich habe nämlich gerade keine Ahnung. Aua. Mal, das... Das hier scheint nicht zu funktionieren. Was machen wir? Ich weiß jetzt. Ich habe keine Ahnung. Soll ich hier sprengen, hier... Es klappt. Es klappt halt einfach. Geil. Okay. Okay, er ist im Upgrade. Was ist das? Ja, einfach. Einfach machen. Egal. Ups. Dann mal das Ding hier wegmachen. Ich brauche etwas, um über diese Schlucht zu kommen. Da komme ich. Durch diesen Fahrstuhlschacht geht's nicht. Ich muss den Weg zurück, den ich gekommen bin. Ja. Okay. Erstmal nach der Haare. Ich dachte, ich habe das Finden leicht gemacht, aber das stimmt wohl nicht. Ich denke mal nicht, dass ich da... Ne. Da brauche ich, glaube ich, erst die, äh, verbesserten, die verbesserte Batclaw. Dann kann man, glaube ich, solche Wände, die man eigentlich sprengen muss, und der auch aufreißen. Jetzt kann ich Ivy finden. Yo, kannst du? Dann mach. Mal ganz kurz gucken. Wunderbar. Was? Das hast du auch rausgefunden? Absurd. Ampli, ampli. Wunderbar. Wie soll ich den Mod wegmachen? Wunderbar. Wunderbar. Es ist gut, meine Lieblinge. Ich bin jetzt hier. Meine armen Lieblinge. Ja, ich weiß, er hat uns gefunden. Aber ich lasse nicht zu, dass er euch verletzt. Ich werde ihn vorher töten. Ivy, ich weiß, Dr. Young hat diese Pflanzen mutieren lassen, um Venom zu produzieren. Ja. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass die fiese Frau den Preis dafür bezahlt hat. Du musst mir dabei helfen, ein Gegenmittel herzustellen. Wieso sollte ich? Lass Joker seinen Spaß haben. Ich genieße es zu sehen, wie du dich vor Schmerzen windest. Du warst zu lange in der Dunkelheit. Jeder Pflanze auf der Insel wird das Gleiche passieren, wenn du nicht kooperierst. Es gibt eine Pflanze, die verborgen auf Arkham Island wächst. Nur sie kann mit der Wirkung des Titanstamms fertig werden. Wo kann ich sie finden? Im Versteck dieses Mörders Krok. Du hast nicht gedacht, dass es einfach wird, oder? Geh in deine Zelle, oder du bist als Nächste dran. Ich werde warten. Also muss ich jetzt wohl zu Krok. Ich muss einen Weg in Villa Kroks Versteck finden. Es liegt unter Arkham Island. Im System steht nicht, wo er festgehalten wird. Ich habe eine Tür neben der Berthöhle gefunden, aber sie ist fest verschlossen. Es muss einen anderen Weg reingeben. Ich habe Aufseher Cash in der Villa gelassen. Mal sehen, ob ich über ihn rausfinde, wo Krok festgehalten wird. Du hast ein paar Stunden mit der Schlampe. Der Boss hat noch keine Zeit für dich. Was zum Teufel ist die... Du wirst auf dem Boden liegen und bluten. Was zum Teufel ist die... Es wird wehtun. Alles okay, komm. Ah, verdammt. Ich dachte, den erwischen wir auch gut. Ah, verdammt. Das wird ihn verletzen! Oh, Mann. Ja!